Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Themen, die emotional sind, auch emotional geführt werden. Kein Mensch, auch ich hier nicht und du hier nicht, wird öffentlich etwas sagen, was er nicht sagen will. In einem Interview kommt es nicht auf die Antworten, sondern auf die Fragen an. Mir ist es völlig egal, ob der nachher beliebter ist als vorher. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich mache Fernsehen für das Publikum. Haltung haben und sich auf eine Seite schlagen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn ich das nicht beherrsche, dann sollte ich diesen Tag lassen und in die Politik gehen. Rede und Gegenrede und hinterfragen und fordern. Das ist doch das Wesen. Und das geht's doch. Das Publikum ist meistens sehr viel klüger und einsichtiger als manche glauben. Vielen Dank. Vielen Dank.